Moin, wir sind zurück bei Shenmue. Oh, ich lande ein. Wir haben letztes Mal irgendetwas mit Mad Angels gemacht. Warte. Wow, wir müssen weitergehen. Aber was? Ähm, da, 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 da. Ich kriege auch nicht. Ich bin ein. Ich lande ein. So schaffen wir es, einmal den ersten Platz zu holen. Everybody ready? Yeah! Yeah! On your marks. Almost time to go. Das Mal hat es fast geklappt. Es war einfach das Ungeduldige in der ersten Runde. Ein bisschen Zeit lassen. Ready! Go! Ich starte immer so langsam. Jetzt über diese Sicht. Ich probiere mich wieder so rein zu buxieren. Ob das irgendwie geht. Und prompt geht es nicht. Ich versuche die Spur nicht. Ich versuche die Spur nicht. Jetzt darf ich nicht so ungeduldig werden. Ich versuche den Boden wieder. Der ist... zu schnell irgendwie. Da habe ich ihn nicht probiert zu holen. Ich habe es dann verbockt. wieder den Boden verloren. Zu viel Gas weggenommen. Scheisse! Ich versuche ihn nicht. Er ist einfach gleich schnell wie ich. Ich muss das Gas wegnehmen. Komm, 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 komm! Ich bin hinten hineingefahren. Vielleicht klappt es hier. Nein! Ich kann nicht mehr steuern. Die Steuerung ist wieder ausgefallen. Und wird wieder nichts. Er ist einfach gerade ausgefahren. Weil er mich ein wenig angeditscht hat. Und hier hat er mich, glaube ich, angeschoben von hinten. Scheisse! Was ist das zum Kotzen? Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Nein! Ich kann kotzen. Ja, steck dir den sonst in die Hand. Nein! Es ist Zeit für Arbeit. Los geht's. Los geht's. Ich habe das Auto. Das Auto zu 18. Hier ist die Karte. Die Quote ist auf dem. Keine Probleme. Das ist ein bisschen weiter. Also, nicht verloren. Ähm. Jetzt 18. Ich wieder. Ich weiss gerade nicht, wo durch genau. Ich muss es anfahren. Ich sehe ja nichts. Jetzt könnte ich hier durch. Aber ich glaube, hier ist nicht der schnelle Weg. Hier laufen so viele Leute rum. Ich fahre wieder raus, um nächstes Mal. Ja, er kommt aus dem Nichts. Ploppt er mir her. Ich fahre den längeren Weg. Nächstes Mal. Ich fahre den ersten Platz zu holen. Ich fahre den ersten Platz zu holen. Ich fahre den ersten Platz zu holen. Ich weiss ja noch. Ich weiss ja noch. Das habe ich nicht so schwere Erinnerungen. Alle Rennen zu gewinnen. Ich bin schon dran vorbei, oder? Ich weiss noch nicht, wo die Kisten sind. Das sind die da hinten? Diese sind hier hinten. Scheisse, wie es nur mal die Kisten sind. Ah, die sind gar nicht so weit hinten, oder? Ah, hier bin ich blöd. Ich fahre jetzt den längeren Weg, aber ich denke, der ist schneller hier. Ja genau, dann kommen sie von allen Seiten. Der blöde Jogger nervt. Kommen wir jetzt schon 500 pro Kiste oder 450, das weiss ich auch nicht. Ah ja, da kann man sich ein wenig entspannen. Jetzt weiss ich auf Anfang wieder, welches Lagerhaus man brauchen kann, um zu trainieren. Ich glaube, es ist vier. Es ist viel zu viel Verkehr hier. Ich möchte möglichst viele Käste holen. Aber die Frage ist wirklich, ob ich das Geld überhaupt brauche. Ich werde schon lange Kampftechniken kaufen, aber wenn ich Feuer runter habe, ist es immer schon zu spät. So kann ich sie nicht trainieren, weil ich noch zwei oder drei Kampftechniken kaufen könnte. Ich fahre doch so gut Stapler. Ich schaffe es nicht, das Rennen zu gewinnen. Jetzt ist es 23 Uhr hier vor Weihnachten. Ja, wir sind nicht alles dunst. Ja genau, crashen wir mal die Suche. Aber ich fahre hier den längeren Weg. Ich glaube, da bist du schneller als vorne. Das Hin- und Her-Zirkeln. So viele Leute unterwegs sind. Die stehe nicht so gut. Aber egal. Meine lieber zu knacken. Die Stehe! Jetzt werden wir immer mehr Geld machen, also ... ... ich denke, 450 verdienen wir heute. Der Mann hat schon 500, oder heute schon 500. Diese Kiste sollten wir eigentlich arbeiten. Das reicht auch nicht mehr, noch eine zu holen. Der Weg ist aber auch ein wenig weit. Aber etwa so 5'000 Yen verdienen wir am Tag im Moment. Und dann noch mal wieder. Mark! Hey, Dio! Was geht's? Hey, Mann! Huh? Uh, ich habe wirklich nicht Zeit für solche Sachen. Dio, du hast zumindest einen Augenblick auf jemanden, richtig? Mark, ich bin ... Dio, ich weiß nicht, was du planst, um rauszukommen, aber ich werde dir sagen, ob sie es ist wichtig, um sich eine Frau zu haben. Mark! Mark! You should go on a date! I know what you're getting at, but I wouldn't want someone in Dio! Die ist in Kanada. Die haben wir kalt Lappblitzen. So, wir sollten mal wieder trainieren. Ich habe ja ewig nicht mehr trainiert. So ist es eigentlich jeden Tag. Und zwar am 4'000 Yen. 1, 2, 3, 4 hier. Aber er ist nicht da. Ich habe gesehen, ich könnte mit ihm trainieren. Okay, let's go! Wenn er dann irgendjemand anders steht, stimmt richtig nicht. Warum kann er den Ausweichern nicht machen? Ich gebe dir nur noch mal. Der Schlag ist ja schon lange nicht mehr gegangen. Ich fange das mal. Ich bin auf von der Schlag schmer. Ich mache das mal vor. Ich bin auf dem Räumen. Ich mache das mal. Ich bin auf der Schlag ist für mich zu kommen. Lass uns durch die Schlag kommen. Ah, ich bin auf dem Räumen. Bohe. Ich werde das mal dringend. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir nehmen die Tür, solange wir können. Wir haben schon lange trainiert. Wir sind ganz wegen der Richtung. Jetzt möchte ich tiefe Schläge machen, aber die Kamera ... Er hat keine hohe Schläge. Dann macht er den Seitwärtsschlag statt der Tiefe. Er möchte schon lange einen am Boden machen. Er sieht immer noch als Rückwärtsschlag an. Der Tief geht nicht mehr. Die Kamera, die nicht richtig stimmt. Das ist der Vorwärtsschlag. Der Tief. Der Tief. Immer noch keine Schläge. Da sieht man, wie viele ich verbessert habe. Fast nichts. Die haben gar nichts verbessert. Das ist das Problem. Der Tief. Landi muss jemandem besuchen. Wieso nicht werden wir etwas zum Thema Landi sagen können. Es könnte natürlich sein, dass ich den Ding fragen müsste. Wie der Master Chen. Ui! Das hat jeden Fall so einiges an das Abendessen befinden. Wieso? Sonst haben wir etwas bis zum Thema Landi geschehen können. Wie war es? Es schaut wieder ein paar von Thugs aus mir. Das stimmt? Danke. Wir suchen Schläger. Wegen sind an den Schläger. Wir treffen uns bald wieder zusammen. Wie geht's gleich? Vielleicht ein Fischer? Spulen wir das wieder dasselbe Das ist immer noch das gleiche Zeug Hey Looks like you've got the hang of the Yeah, guess so Hey Rio, how long you planning to continue I haven't decided yet to see I'll see you later Er will, dass wir gehen Er hat Angst wir gewinnen das Rennen irgendwann Entschuldigung 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 Eh? Ich verliere Arbeitszeit Ich habe schon 5 Minuten verloren Was ist Nummer 18? Hier stehe ich nicht gut drauf Die setzen wir hier oben drauf Auf Auf eine Stapler fahren das Spiel Im Falle Stapler Simulator Das ist nochmal Oder das ist Das ist noch nicht Der Die 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 Friede dass ich beim Rennen die Kabel raufstelle. Wenn sie schneller sind, wenn ich die Kabel raufstelle. Das ist echt gut. Wir triggern Geschichte weiter. Goro, was ist passiert? Ich war einfach mit dem Zeilen. Hey Skullboy, komm! Kommt wieder Quick-Time-Ivan. Nein, Schlägerei. Ich habe schon gekämpft. Oh nein, ich muss Quick-Time-Ivan. Nein! 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 Ich bin ein Mann, ich bin ein Mann. Ich bin ein Mann. Du bist ein Mann. Was ist dein Problem? Ich bin ein Mann. So, X. Jetzt kommt wieder Kreis. Und dann kommt X. Kreis. Hey! ouch you're gonna pay for me a girl you is girl what did you say best watch your back next time it won't be just you what we're gonna go after your family and friends you're gonna get him that's it kill him we're going to go with the chest 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 easy money okay we're going to go with the chest we're going to go shopping yeah you're going to go with the chest okay Ich hoffe, die zählt. Ich denke, ich bin längsamer, als sie da unten ist, Gabel. Es täuscht mich einfach. Bis jetzt schonmal. Blöck! Nichts? Du hast was Inni, es braucht dort. Ich habe auf Anfang wieder die Story einen Schritt getriggert. Das ist immer gut, dass es ein wenig vorwärts geht. Das ist eine so fräkelhafte Höhe. Das ist eine sehr gute Sicht. Das komische ist, wenn man eine Kiste sieht. Sie ist nicht auf dieser Höhe. Komisch. So, wenn du auf dem Boden anläufst, geht sie höchst. Ich bin gespannt, ob ich so arbeiten soll. Ich weiss gar nicht, wie viele Kisten ich arbeiten muss. Dass es wieder eine Lohnerhöhung gibt. Ich bin gespannt. Ich fühlte mich längsamer. Ich fühlte mich. 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 Das bringt jetzt gar nichts, die Hupi reagiert keiner drauf, die weichen nicht aus, oder? Shit, das reicht eh nur noch für den nächsten. Mit ganz viel Glück kann ich es noch herstellen. Ich frage, ob ich so schneller bin. Das reicht nicht. Das reicht nicht. Ich hoffe, es waren wirklich genug Kisten. Ich versuche, dass wir jeden Tag 50er mehr Lohnerhöhung bekommen. Deswegen haben wir 1.000 Euro pro Kiste. Jetzt möchte ich eigentlich Kampftechniken kaufen, aber ich weiss nicht, ob die M5 in der Lade zuorte. Jetzt bekomme ich 500 Euro pro Kiste. Ich versuche die gute Arbeit. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Hey, Dio. Ich habe ein paar Informationen überprüfen. Informationen? Ich habe alles gehört, dass sie etwas über Long Ja gesagt haben. Das ist schnell. Long Ja? Best I could figure. Es ist ein Mad Angels Black Market deal. Das macht Sinn. Sie sind auf der Seite. Long Ja? Oh ja. Wann soll das passieren? Wann soll das passieren? Wann soll das passieren? Ich habe jetzt auch noch nicht. Ich habe jetzt auch noch die jensten Infos verpasst. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier fragen könnte. Der Penner geht immer. Das ist ein Schmutz. Oder du? Du hast ihn benutzt? Ja. Das ist toll. Dann kann ich dir zeigen, wie es nutzt. Mit dem sich… Arbeit? Der Begegge genommen? Es ist schwierig, die Fertigwunsch弄se. Ich kann es zu tun, warum ich es benutze. So pay attention. Oh, yeah, yeah. Before I just showed you how to slide behind your opponent. Once you're behind your opponent, strike the back of the neck. An unprotected neck weaker than you'd expect. An accurate strike can paralyze. Strike just after sliding past your opponent. If you practice, you'll get it. I understand. Thank you. So eine Schlaganhänge. Ist eigentlich etwas. I ain't feeling, try me. Alright. Aber diese Runde haben wir recht viel geschafft. Die Frage ist, wer hat mir noch Infos? Theoretisch wieder der Master Chen. Die ist sicher nichts da. Die kennt ich nicht mal. Ich glaube ich klappere mal wieder ab. Blablabla. Blablabla. Um, excuse. What? What's with you? No. I'm sorry, but I haven't got try again. Okay. Dann gehen wir raus. Hier haben wir noch nie irgendetwas Wichtiges erfahren. Tom weiss auch nichts. Mit. Do you have a... What is it? Have you ever Long Ja? I heard some of the Mad A... Maybe it's a codename. Well, lately whispering about something. Okay. Ich kann gleich fragen, weil... Die Mad Angels kennt ihr. Wer weiss, ob er Long Ja kennt. Tom. Hi. I've got something to ask you. Have you heard of the Long Ja? Long Ja? The Mad Angels guys call the deal by that name. I need to find out when they're making this Long Ja. Sorry, I don't know anything, man. Really? Sorry, man. Was ist der? Excuse me. Excuse me. You're in or up, please stay. Got it. Der weiss auch nichts. Nichts herausfinden, läuten ja von dem Master Gen normal auch. Stark. Dio, I got some B... Huh? I overheard Tony. Really? Maybe... With IC. Be careful. Yeah. You know I'm cool. Was? Ah, doch neue Infos. Ah, doch neue Infos. Doch neue Infos. Fragen wir da mal nach. Die sollten doch alle kennen hier. Ähm. Sorry. I'm rather bi... I understand. Genau. In der Zeitschrift lesen. Wir haben einen von diesen Vorarbeitern. Um, excuse me. Maybe they got something to do with it. Suspicious looking foreigners? A pair? Excuse me. What is it? Have you heard about some? Well, I would know. So you haven't seen. Nope. The harbour. Where did you see? Over by the harbour. Was? About the foreigners. I'm seeing people. Aha. Ich gehe jetzt auf die Malbe Kante rein. Ähm. Hier war ich gerade. Sorry. Ask me again, Sonesome. Das darf nicht wahr sein. Jetzt muss ich wieder zurück. Die sind wahrscheinlich am Tag dort. Ich war ja auch dort. Und da war ich ja auch dort. Die Kantine war nicht mehr. Die lassen sich sicher zu. Ich weiß auch etwas über die Inselände. Zwei Ausländer, niemand. Aber das sollte sie auch Bescheid wissen, ob dieser Typ umgehängt. Das hat mir jetzt gerade Wunder. Das ist wahrscheinlich schon für den nächsten Tag. Und jetzt? Ja, die kann man auch aus dem nächsten tun. Keine Chance. Um, sie sieht gut aus. Um, nicht mit mir sprechen. Ich habe fast verloren. Entschuldigung, Entschuldigung. Ich bin... Oh ja. Die Frage... Hey! Tote Hose. Entschuldigung. Er hat ja sein Lichtschwert. Ähm, hast du einen Moment? Entschuldigung. Hey, would you mind asking? Hey, hey. Kann er etwas sagen? Excuse me. I have something. I'm on patrol now. Can you ask me later? Is that so? Sind doch alle korrupte. Der sowieso hier. Der betont immer, dass ich mich da so raus halte. Die Wiss? Ja, die nächste depursator. Det access scared ich mich Teas Some. Entschuldigt mich. Entschuldigt mich, mit dem Forklift kommer rein. Da-deck. ja genau kappelstabler ja ja